Wer hält sich für den Größten, seit sich diese Erde dreht? Wer spaltet die Atome, bis der ganze Laden untergeht? Wer rast wie ein Gestörter, dringelt auf der Autobahn? Wer traut sich nicht zum Zahnarzt, aber Kriege fängt er an? Das ist der Mann, ja, ja, der Mann. Wer pocht auf seine Ehre und linkt zugleich den Staat? Wer geht in Freudenhäuser und erfand das Zölibat? Wer spielt mit Handgranaten und wer steckt den Urwald an? Wer hält sein Auto sauber und verdrängt den Ozean? Das ist der Mann, der Herr, der Mann. Das ist nun mal die Wahrheit. Er ist der Fehler im System. Der Mann ist das Problem. Wer macht nicht nur in Fukushima einen Super-Gaub? Wer hört schon aus Prinzip sowas von nicht auf seine Frau? Wer ist ein Besserwisser und läuft am Obd, dann und wann? Wer verhandelt über Frieden und schafft sich neue Waffen an? Das ist der Mann, ja, ja, der Mann. Und so noch Spionage und versiert im Drogenbier. Und Mafia und Camorra wären schon dann im großen Stil. Und so ist der Mann, ja, ja, der Mann. Das ist nun mal die Wahrheit. Wer ist der Fehler im System? Der Mann ist das Problem. Wer ist Diktator, Rambo, Bürokrat, Heiratsschwindler, Luftpirat, treulos, froh, laut und auch noch bequem. Doch die Frauen lieben ihn trotzdem. Das ist nun mal die wahre, beste Fehler im System. Der Mann ist das Problem. Das Problem. Das Problem. Das Problem. Das Problem. Untertitelung des ZDF, 2020